So Nehmen wir diese Kleine Unterbrecher oder wo sitzt der Raum? Aha Komm wieder rein Mal schauen Ich bezweifle stark, dass ich da irgendwie eine Möglichkeit bekomme Darüber Nein Oh, hopp 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 Ne, ich glaube Das geht nicht Ich glaube hier ist doch schon irgendwo ein kleiner Freund Hey Fossiliert das Wasser Okay Ja In aller Ruhe Hey Nein 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 Das war schon irgendwie Das war das meine Das ist alles Sehr schön So Wie geht's da? Ah Ah Das ist Mist Das Da Da Wo ist der? Big Daddy Und den Wurdecan Sehr schön Jetzt ziehen wir den Fuss im Fenster Der J-Dash schmeißt mit zum Scheiß Oh, das ist eine Meow Wir könnten unsere neue Waffe da ausprobieren Was kommt jetzt daher? Komm her Komm her Komm her Okay, okay Sehr schön Oh, das ist so ein mieser Kampf Aber was brauchst du da? Ach Ach Das geht jetzt sicherlich nochmal Sehr gut, so ein kleiner Anstieg der Max bei Gesundheit Und Eve Nice Geht's nochmal Cool, ich kriege immer noch was Was ist das? Nein 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 Aber nein 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 Dafür rette ich sie ja Finiärter Mensch Danke 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 Bitte 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 Okay Das hat mit wieder sehr viel Enki Enki gestert Was haben wir da mit? Schön Mach mal Gibt's da drin so tolles Zeug oder was? Ganzkästen Ganz gar nichts Doch kann ich mal Autohacker wieder basteln wenn ich will Ne, ne, ne Brauch ich dabei ja alles nicht Dann mal wieder in die Gamebank Ganzkästen Okay Ah, das sind wir da rum Hey Mary, hieß dich zu dem großen Spiel heute ab? Ich hab gehört, dass die Ryan's Raiders spielen Die Ryan's Raiders? Das ist zu gefährlich Hast du nicht gehört? Atlas Banditen sind überall Ja, Atlas Banditen sind überall Sieht mir egal Wenn du knifst, gewinnen die Banden Mit deiner Familie nach Fort Frolic und Arcadia Sehr schön Geh aus und geh shoppen Das ist unsere Art zu leben in Rapture Gut Was ist Nuance? Moment nochmal Eine Linz ist und die haben wir uns schon colt Ah, wir sind dann vielleicht zusätzlichen Ach so, ich hab schon genug Schosspunkten von mir Oder? Ach so, na Doch nicht Wo bin ich jetzt da wieder? Oder bin ich da? Da kann ich auch wieder rein Was? Oh Madonna Okay, ah, fein Kontakt Sehr schön, aber wir hören uns den Tape Wie seit der Bekan für eine mentale Manipulation durch Pheromone werden gefällt Wäre es uns ja möglich die Aktivitäten für alle Einwohner von Rapture zu steuern Der freie Wille ist das Fundament auf dem diese Stadt aufgebaut ist Allein der Gedanke daran dies aufzugeben ist abscheulich Andererseits Befinden wir uns ja im Krieg Ginge es nach Atlas und seinen Schergen würden Sie uns nicht zu Sklaven machen? Wenn Sie könnten? Und was wird dann aus dem freien Willen? Nun, radikale Zeiten erfordern radikale Maßnahmen Ja Okay, es ist immer wieder schön wenn die Leute ihr eigenes Denken auf einmal dann die eigenen Werte über Baut schmeißen quasi Wo ist jetzt da schon wieder? Die laufen eigentlich eh nur im Kreis die ganze Zeit Aber ich möchte den rummenden Kollegen finden der wo genau ist Ja, ich hatte sie, hallo Ich hätte das mal ein Wanderband ein hätte ich meins Ah, daneben Ja, schön Jetzt ist es ein schöneres Wort vielleicht Okay Ah, verdammt Ah, das habe ich verdient Aber wir wollen die Rose die Dive Binnen Sehr schön Dann folgen wir jetzt mal ein bisschen dem Pfeil Wir müssen uns nicht mehr Und wir brauchen noch den Code drucken, wir gehen in die Türe Und wir brauchen noch den Code drucken, wir gehen in die Türe Sind wir da? Und dieser erwärmliche Trudecule in der Whirly Winery Schüttet jetzt Wasser mit seinen abscheulichen Wein Was? Was ist das? 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 Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen Aber eben auch Okay Was ist das? Was ist das? Sieben Wasser des Lädes Sieben Wasser des Lädes Sieben Wasser des Lädes Nein 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 Böse Biene Böse Biene Böse Biene stabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht Ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr, Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja, Fontaine reibt sich die Hände. So, so. Also, Adam ist demnach nichts anderes als ein Kremes. Können wir uns das kaufen? Ein Plasmid Slot wieder. Sekten-Schwamm? Setzt einen Schwamm, stechen Insekten frei, die mehrere Feinde gleichzeitig angreifen. Interessant, aber ich brauche in dem Fall 100 plus 60. So, na, Plasmid Slot oder na, Körpertonica Slot? Die Kampfttonica Slot? Ich glaube, ich lasse es nochmal prinzipiell bleiben, weil ich habe einfach zu wenig, Adam. Nur weil ich diesem kleinen Mädchen nichts tun will. Wo sind wir denn jetzt? Aber stimmt. Okay. Ähm. Ich habe das von meinen Befürcht. Also, als wir jetzt mal nicht da reingehen, stechen wir die Biene, genau. Ich kann jetzt als Schlauch anschalten. Und sind die jetzt mal ruhig. Und ich kann mir jetzt ein bisschen umschauen. Aber es geht jetzt nicht gut, weil da ein Plasmid wieder herkommt. Ah. Und da tickt dann natürlich auch die Uhr, die ich nicht irgendwo mit sehe. Und dann ist das Ganze wieder aus. Es gibt so ein kleines Zeitfenster, an dem ich da immer reingehen muss. Okay, gut. Na dann. Auf nach hinten bleiben. Noch. Na dann. Über euch. Ich brauch. Aber mit Mutation. Die Spritze. Tut mir leid. Neuer Versuch. Haha. Der Verrückter Menschchen! Nein, das war so dumm von mir. Ich nehme mir jetzt noch meine MG. Dann müssen wir auch wieder daherkommen. Biene Stoff. Das finde ich so, als ob das so ein Gelübstiger ist mit denen das. Haben wir jetzt gepunkten? Nichts kommt mir vor. Du wärst sehr gerne! Nassi! Die kriegen mal irgendwie nix die ganzen Leute, die da umbringen. Moment einmal, ich habe jetzt glaube ich... Wo soll ich denn? Da hin... Ich glaube, ich kann ja... Ja genau, ich kann ja reingehen. Und sie nicht, das heißt... Letztes wollen wir mal ein bisschen hoch haben. Sehr gut. So, so... Einmal... Oh ja... Vier... Äh... Ich höre nicht... Du kannst doch gerade auch hin das... Dann kommst du jetzt... Ja... Du kannst noch nicht mehr... Jetzt sagen... Ja... Tau mal. Nennie... Ja... Du kannst noch nicht mehr... Du kannst nicht mehr. Ja... Vielen Dank.